Jeder, der den Channel-Namen missachtet, wird gebannt. Er geht auf dich. Näh, dich. Okay. Eine Bombe habe ich nur auf mich gerichtet. Naja, kann man vergessen. Aber, aber, wir kommen voran. Ne? Naja, doch, wir haben es schon zweimal fast geschafft, den Boss komplett zu besiegen. Nur so, das letzte, zweimal lag es an mir, weil, äh, das erste war Panik und das zweite war, naja, Dummheit. Zu, zu früh gerollt. Er wirft nach mir. Und er wirft nach mir. Nice, er geht auf mich. Ja, wirft nochmal seine Scheiße. Kann ja sein, dass es auf dich geht, ja. Ja. Shit. Es ist komisch, wenn ich das Toten kaputt mache, dann ist es so, dass die Lebenszeit konnte auch sofort verschwinden und dann kommt der Boss wieder, aber ohne Lebenszeit bin jetzt bei der, ja, ja, passiert. Das hatten wir auch. Man kann ihn nicht besiegen vorher. Oder man kann ihn besiegen, aber man ist zu langsam. Und bei der nächsten Tür, jup, danach kommt der Boss. Dann kommt der Boss. Das nervigste bei dem, bei dem Boss ist eher die, sind die Ads. Niemals der Boss selber, sondern meistens über die Ads. Fuck. Ich heile. Er geht auf mich. Ads sind, äh, die Mobs, die er, also, Gegner, die er spawnt. Oder die, die mit dem Bosskampf reinkommen. Ich bin in Schwierigkeiten. Laser kommt. Ja. Ach, dann geht auf dich jetzt, glaube ich. Ja, guckt mich an. Fuck. Ich heile. Oh, fuck. Ja. Wir müssen jetzt ihre Phase gleich machen. Ja, jetzt. So, sehr schön. Teile. Ja, nochmal. Ja. Oh, Mann. Mach kurz ne Pause. Achso, du machst kurz ne Pause. Oder ich so ne? Ne, ich mach keine Pause. Keine Pause für mich. Hatte schon ne kleine kurze Pinkelpause. Ach. Das Ausdauer regenerieren. Habe ich auch keine Items oder so. Ich nehm mal kurz ne Adrenalin mit rein. Hahahaha. 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 Loll. Schön, dass wir es wirklich hießen. Hahahaha. Ja. 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 Guckt mich an. Zu früh. Verdammt. noch gesagt soll bescheid sagen wenn der laser kommt ja stimmt sorry ecke doch dich teiler 4.000 schaden der andere ist da verdammt kannst du heilen ich halte dich danke nochmals 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 oh gott die gegner hatten alle auf mich ne das ist meins ah den witz kenn ich stolpig den witz kenn ich fritz lässt den radiergummi fallen und fragt den sitzdach und wo ist der dann stellt die lehrerin eine frage was würdest du auf meinen grabstein schreiben wenn ich jetzt sterben würde fritzin hört nicht zu und ruft findet den radierer und ruft ach da liegt der drecksack nee das ist ein klassiker fritzchenwitze fritzchenwitze er guckt dich an ja er guckt aber noch dich an er guckt dich an er guckt dich an er trifft mich aber an ok wow Achtung dieser strahl ich heile alter alte ich habe gott hast du gedrückt man äh ja schön schön ah es kann einfach nicht wahr sein kannst du hier in einem kristall einfach von dem bostischer schwierigkeit runterdrehen Nein. Kann ich nicht. Das ist es. Ja. Man setzt... Ich würde die gesamte Welt dann zurücksetzen. Fuck. Außerdem... Jetzt... Das werden aufgeben. Und das ist... Nee. Aber hier gibst du nicht auf? Nee. Er attackiert dich. Er attackiert mich. Er attackiert mich. Ja. Nicht, nicht, nicht. Nein. Shit. Ich hasse diese Wolke. Er wirft noch einer. Verätzen? Ja. Schön und gut. Aber diese Wolke ist einfach nur ultra nervig. Aber gut. Ich mache es ja auch nicht anders. Ich kann doch komplett nicht angehen. Und halt. Na, danke. Niemals gedacht, dass ich so lange an einem Boss sitze. Er schmeißt es drüber. Kann passieren. Er geht auf dich. Okay, das war zu früh. Danke. Kevin. Was? Laserstrahl? Oh, meine Fresse. Er hat doch gesagt, das sollst du es mir sagen. Hör auf den Scheiß. Warum stehst du eigentlich immer am Anfang? Da, wo der Laser zuerst kommt. Keine Ahnung. Ihr sitzt da doch nicht. Stell dich in die Mitte. Welche Sprachen sprichst du? Deutsch oder Englisch? Ich nehme jetzt mal eine Meerrüstung wieder mit. Ich stehe hier am Anfang, weil du am anderen Ende stehst. Ja, dann stell dich in die Scheiß, Mitte. Ja, dann kann die Schwungklinge uns beide treffen. Mitte. Ja, dann kann trotzdem die Schwungklinge uns beide treffen. Boah, dann war ich aus. Ich will den Scheiß getot haben. Warum ist meine Sense durch meinen Rucksack? Ja. Okay. Okay. Ja, ich bin in Schwierigkeiten. Roll einfach runter. Ah, scheiße, falsche Hand. Wolltesten, ob er vielleicht, wenn er seitlich schlägt, ob du dich einfach nur gucken kannst. Es kann nicht sein. Aber auch Schwierigkeiten. Wieso immer dieses Mistvieh? Weil, 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 spielbedingt. Da kommt was! So, ich bin durchgerollt. Dankeschön. Es guckt dich an, es guckt mich an. Es wirft noch mir. Fuck. Es wirft dich ab. Wait, jetzt kommt's. Steh nicht vor mir einfach so Achtung Faser Naja noch nicht Doch Wenn er es down Okay er macht direkt Laser statt zurück zu gehen Scheider Er ruft die Viecher Diese Scheißdinger Drei Fliegen auf mit und es reicht einfach Wie viele da auch kommen Kann man mal rum Und es ist viel zu viel Ja wir wissen dass man die kaputt machen kann Allerdings die halten auch etwas aus Ja reicht Lohnt sich der Schuss nicht für Vielleicht mit dem Flammenwerfer Ich nehme Antirüstung und Blutung mit Von daher Zuerst nicht Ne dich Oder Ja Zuerst nicht Schieß einfach auf den Ganz ehrlich Nein Ich finde nicht dass die Dinger spawnen Ah ich schau den Laser strahl Er geht auf dich Endlich vorbei was ist endlich vorbei Nächstes hier endlich vorbei Boah heil 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 Mach schon Achtung ihre Faser Faser Sehr schön Jetzt geht er erstmal nach hinten Und warten wir kurz bis er nach hinten geht So jetzt Oh die Viecher Es gibt ja jetzt jemand Geld aus für sein Wassermarsch Alles klar Ich heile Soll dazu schreiben Die Systempunkte stacken sich nicht Ne Nur Zinfo Ich trinke jetzt nicht 50.000 Mal auf Wasser Von einer Person Ich heile Er greift auf dich an Du musst heilen 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 Ich mach schon Ja Der trinkt viel Ja ich Ich habe schon letztens Eine ganze Flasche an einen Tag getrunken Nur weil Ganz viele Leute Ich komme nicht dazu Dich zu heilen Bitte schön Nur für dich Bin neu Kein Problem Kein Problem Oh naja Hier sind überall Gefolgen Jetzt kannst du Jetzt Jetzt ist wahrscheinlich zu spät Ja Nein Mann Ich bin perfekt ausgewichen Naja anscheinend nicht Bist perfekt nach hinten ausgewichen Vielleicht Ey hör auf damit Fünf Schaden Mein Gott Ja das kann überleben und tot entscheiden Diese fünf Schaden Das ist das was ich meistens überlebe Ne Geht auf mich Er geht auf dich Gut dass ich gerollt bin Hätte mich sonst getroffen Oh der geht jetzt auf dich Ja Machen wir auf Faser Sehr schön Heil 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 he Okay, und immer die Dinger. Kann ich nach hinten noch nicht halten. Ach gut. Kannst du heilen? Kannst du heilen? Ja, ich bin dabei. Oh, man. Ach, schade. Ja, da kommen 50.000 von diesen Viechern, weil sie jetzt nicht mehr auf mich gehen konnten. Das ist eine strenges Bombe noch, dass die getroffen hat. Nimm dir am besten auch noch eine Heil-Aura mit. Ich brauch die... Obwohl, die Antikrüstung ist vielleicht nicht so... Na, stimmt schon. Dann setzen wir uns nochmal an, dass du direkt zur Lage hast. Damit überstehst du die kleinen Dinger wenigstens etwas. Ich glaub, auch die Jagdpistole macht extremst Zeit. Äh, wo ist denn jetzt meine Heil-Aura drauf? Da. Im Strahlengewehr ist das drauf, okay. Ah. Ihr könnt mal kurz zurück zu Station 13 gucken, ob wir noch irgendwas upgraden können. Also, wusstest du nur so. Ach, Gott, ey. Ach, ich war Fenne. Muuu, Alter. Bester, Alter, so. Holy shit, Boss. Einfach nur holy shit. Ich frag mich, welcher der Zode Drache ist. Was zum Zode Drache? Ja, es gibt doch immer noch das Item Drachenglieder. Stimmt. Hm. Wahrscheinlich DLC oder so. Kann natürlich sein. Röchter handeln. Ah, Rüstung. Simulacrum haben wir nicht gefunden, ne? Ne. Ne. Ah, noch 5 Gärte des Eisen und meine Rüstung ist... Ja, da bräuchte ich noch 3 Simulacrum insgesamt und dann... Bin halt bei 415 jetzt. Äh. Ja. Bis dann. Hey, du. Sicher? Hm. 415 Rüstung, ja, das ist schon... Ich hab keine Lust zu reden. Ja, ich hab keine Lust zu reden. Mit dem Wille kann er reden. Drache ist scheiße stark. Ich hab meinem Freund zugeschaut. Och. Komm, warum, von welcher? Also, wir hätten den Feuerdrachen. Aber bitte nicht spoilern, was es noch für Drachen gibt. Ja. Wieso will ich mit dir... Ich will mit dir gar nicht reden. Mit dem hier reden. Hallo? Jetzt. Ich möchte handeln. 33 Glühverbränen. Da hab ich mittlerweile. Wir wollen halt dem... Die weiße Rose. Das ist einfach so... Kann ich mir die einfach 300 Glühfragmente erscheaten? Ah. 220 weitere Glühfragmente, ja. Da hab ich jetzt... Ringer hinter hier. Okay, ich nehm den Ringer zurück. Mach's gut. Gut. Kannst du bitte aufhören? Ich hab dich gestriffen. LoL. What the fuck? Heiler Ohre hab ich. Rüstung ist... ...sehr hoch. Also höher. Ich sollte jetzt mehr aushalten. Ich hab mehr Leben. Ich hab mir jetzt den Aislans Ring angelegt. Aislans Ring? Ja. Statt... Äh... Bisschen... ...dass ich jetzt... Ja... Vielleicht heile ich gegen. Gut genug gegen. Und noch so. Meine Heileffektivität ist jetzt bei... 65%. Ich konnte nicht... Ich konnte nicht mal ausweichen. Naja, dachte ich mir schon. Und er geht natürlich auf mich. Huch. Falsche Waffe ist großartig. Ach, ich hab das ja gar nicht mehr deswegen. Oh Gott, der kräfte ich schon. Nein. Nein. Warum? Habe ich nicht ausgeserter angegriffen. Laser. Ja. Huch ich runterfallen. Dankeschön. Machen wir jetzt... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Ja, ich glaub, du machst auch weniger damage, nö. Weil wenn, nachdem du getroffen wirst, hast du doch den Rüstungsbonus auf Schadensreduzierung. Achso, stimmt, ja. Okay, da geht volle Knochtig. Ja, ist gut. Immer noch dicht, ist ja schön. Fuck. Okay, das fängt an. Achtung, ganz Mitte. Ja. Meistzeitenwechsel. Fuck! Bombe. Ja. Schön. Gut. Ich schlägt er noch und ich sehe nur diesen Lichtstreifen, aber die Klinge trifft mich nicht. Die Luft ist tödlich, man kennt's. Tödlich. Ach. Natürlich. Ach. Aber bei Tränen-Boss muss ich sagen, fickt euch halt, alter. Und nur die Hitbox find ich halt. Ich schlägt er noch. Okay, hier geht er. Lass uns mal gucken. Ah, dann geht auf dich jetzt. Ah, weil ich wissen wollte, ab wie viel der das bekommt. Nein, nein, ich kann einmal Blutung drauf hin rauf schießen, dann macht doch nichts.